Der Entwickler A Brave Plan hat kürzlich die Veröffentlichung seines neuen Titels The Bread Will Conspiracy in der kommenden Woche mitgeteilt. Der neue Titel ist dabei das erste Spiel von A Brave Plan, einem Team aus prämierten Triple-A-Branchen-Veteranen. In The Bread Will Conspiracy schlüpfen die Spieler in die Rolle eines unbekannten Museumsbesuchers, der nach einer Explosion im Museum aufwacht. Um zu entkommen, muss der Spieler mit der Angestellten Amber zusammenarbeiten. Allerdings ist sie an einem anderen Ort in dem eingestürzten Gebäude gefangen. Auf ihrem gefährlichen Fluchtweg werden sich die Spieler in den Tiefen eines versteckten unterirdischen Komplexes wiederfinden, der voller Geheimtechnologie steckt. Das Spiel erscheint auf PC, Apple Arcade, Playstation 4, Xbox One und der Nintendo Switch.